Der Tent geht zur Zweitbox für Zuhause. Wir kochen tatsächlich Zuhause auch genauso wie im Urlaub mittlerweile. Wir haben hier zwar mehr Platz, das ist irgendwie schön und angenehm, aber wir haben wirklich mit jedem Griff in die Box sofort unser Urlaubs-Feeling, unser Urlaubs-Koch-Feeling zurück. Ich koche zuhause wirklich nur 6 Gewürzmischungen. Aber wir können daraus größer einträgerweise 36 Gewürzmischungen zaubern. Das ist cool. Wenn du jetzt eine 6. Box bestellst, dann bekommst du eine Briefeltüte von unserer Mehrleitlesemischung gratis dazu.